Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Fledle-Suppe, vegetarisch. Fledle-Suppe ist eine schwäbische und badische Spezialität, Schweb. Fledle ist gleich Pfannkuchen. Dazu werden abgekühlte Pfannkuchen in schmale Streifen geschnitten, mit einer heißen Brühe aufgegossen und mit gehacktem Schnittlauch oder auch mit glatter Petersilie bestreut. Die schwäbischen Pfannkuchen sollten immer sehr dünn ausgebacken werden. Für 4 bis 5 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Brühe 1 bis 1,2 Liter Gemüsebrühe oder Instant-Gemüsebrühe 1 Esslöffel glatte Petersilie oder Schnittlauch Fledle Portion Fledle-Teig aus 150 Gramm Weizenmehl, Type 405 1 bis 2 Esslöffel Butter, Erdnussöl oder Sonnenblumenöl zum Ausbacken der Pfannkuchen Folgende Utensilien werden benötigt. Butterpfännchen Beschichtete Pfanne oder Kreppepfanne Küchenpapier Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen Schüssel Schöpfkelle Zubereitung Brühe Die gewünschte Brühe herstellen Fledle Die Butter in einem Butterpfännchen zum Schmelzen bringen Alle Zutaten per Hand oder Maschine zu einem Teig verarbeiten Den Teig etwa 30 Minuten ruhen lassen Den Pfannkuchenteig mit einem Schöpfer gleichmäßig in einer gefetteten Pfanne verteilen und bräunlich ausbacken Jeden einzelnen Pfannkuchen auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen und auf einer Unterlage erkalten lassen Die ausgekühlten Flädle aufrollen und in dünne Streifen schneiden Die Flädle mit den Händen auflockern Noch einige Tipps Flädle und Kräuterflädle lassen sich wunderbar einfrieren Als Beilagen eignen sich Sauerteigbrot Diese Varianten gibt es Für Nicht-Vegetarier Die Suppe mit der gleichen Menge Rinderbrühe oder Hühnerbrühe zubereiten Je 1-2 Esslöffel in Salzwasser blaschierte Karottenstiftchen, Knollenselleriestiftchen, Petersilienwurzelstiftchen oder dünne Lauchstreifchen zufügen Brühe mit Kräuterflädle Brühe mit Brätflädle Frittartensuppe Österreichische Spezialität Die Zutaten sind eigentlich gleich, meist wird eine Rindersuppe oder eine Gemüsebrühe verwendet Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!